Und ein Moinzen zu diesem Video. Tatsächlich mal wieder was in Richtung Gaming. Haben wir letzte Saison auch gemacht, nämlich einen Blick auf die VfB-Ratings geworfen. Heute veröffentlichte die E-Sports-Abteilung von VfB die Ultimate-Team-Karten von VfB. Hier in dem Video ein bisschen Vergleich natürlich von FIFA 22 zu FIFA 23. Und am Ende Besonderheiten. Also ich lasse gleich, wenn ich Bronze, Silber, Gold durchgehe, die Vergleiche. Da durchaus bewusst natürlich ein paar Spieler weg, auf die ich dann am Ende näher eingehe. Bei Bronze-Spielen haben wir sechs Stück statt zehn Bronze-Spielern diesmal. Die mit einem roten X versehen sind aus FIFA 22. Sind natürlich entweder per Leihe weg oder eben ganz gewechselt. Also nicht mehr bei uns im aktuellen Kader drin. Gab jetzt keine besonderen Sprünge so. Man ist halt im Bronze-Bereich. Der ist halt durchaus auch nicht so relevant für EA. Ey, da gucken sie nicht so drauf. Casanaras und Ulrich hier natürlich neue Karten für den VfB. Hier von 20 Silberspielen auf 11 Silberspieler runter. Natürlich auch die Kader-Minimierung auch in FIFA zu merken, ist ja klar. Hier auch wieder einige Spieler ganz weg oder erstmal nur verliehen. Meistens auch hier keine besonders großen Sprünge. Führig hat, finde ich, eine sehr schöne Silberkarte bekommen. Wagnermann auch eine gute Silberkarte. Der hat tatsächlich auch schon bei der Transfer wohl schon, keine Ahnung, schon irgendwie reingepasst. Ich weiß nicht, warum der jetzt von allen auf einmal doch schon eine VfB FIFA 22 Karte hatte. Aber er hatte schon eine. Er ist einmal auf beiden Seiten zu sehen. In 22 und in 23. Hier in der Grafik neu für einen VfB. Neu beim VfB hier natürlich Perea und auch Pfeiffer. Gold ist immer von 8 auf 7 runter. Ist okay. Trotzdem, dass wir eben die dicken Abgänge hatten. Wir haben die großen Abgänge von Mangala in der Goldkarte. Und Kalajtic, der eine Goldkarte hatte. Und auch Kempf natürlich hatte bis zum Winter noch eine VfB-Goldkarte in FIFA 22. Sonst sind da sehr, sehr nice Karten dabei. Tomasch nun auf Gold hoch. Um einen Wert hoch von 74 auf 75. Dann mit Non-Rare-Gold. Sehr nice. Auch eine schöne Startup-Karte. Einmal mit ein bisschen Tempo. Sehr, sehr schön. Müller 1 runter. Sosa 1 hoch. Endo und Anton sind so geblieben. Sehr, sehr spielbare Karten im Goldbereich. Und nun natürlich so mit einem interessantesten. Den Besonderheiten. Also erstmal fehlen zwei aus dem Kader in der Auflistung. Das sind Schock und Gerasi. Bei Schock, mal gucken, ob noch eine bekommt. Also auch hier die Differenzierung ist, es geht hier um die VfB-Ultimate-Team-Karten. Schock wird eine spielbare FIFA-Karte haben. Aber halt vielleicht nur im Anstoßmodus oder nur im Karrieremodus oder sowas. Das sind jetzt erstmal die FIFA-Ultimate-Team-Karten, die uns die VfB-E-Sport-Abteilung jetzt, keine Ahnung, grob zwei Wochen oder sowas, glaube ich, vor dem FIFA 23 Release gezeigt hat, zeigen konnte. Bei Gerasi fehlt es noch, weil er wahrscheinlich erstmal noch eine Karte hat, die eben das Logo von seinem französischen Klub drauf hat. In FIFA 22 hat er eine 77 gehabt als Basiskarte, aber auch einen Informe bekommen mit 81. Denk mal, irgendwo dazwischen wird seine Karte liegen. Die sehen wir hoffentlich dann auch noch die Tage. Natürlich mit am interessantesten, ist ja klar. Und den Kalajic-Ersatz da vorne drin, was der für eine Wertung hat, ob der auch eine spielbare Goldkarte bekommt. Ich hoffe mal sehr. Ja, Armada ist schade, hat kein Upgrade bekommen, weiter eine 64. Allerdings muss man halt da auch sagen, dass er eben erst seit diesem Sommer Stamm spielt. Er spielt seit jetzt erst Stamm, seitdem Mangala weg ist, weggewechselt ist. Da gab es halt über letzte Saison, über die letzten zwei Saisons, von Spielzeiten her, dem was EA und sowas, oder wer immer dafür zuständig ist bei EA Sports quasi, gab es keinen Grund für ein Upgrade. Und klar, die Ratings sind auch erst nicht in den letzten zwei Wochen entstanden oder sowas. Die werden sich schon länger darüber Gedanken gemacht haben. Deswegen ist es okay oder verständlich, dass er eben nicht hoch ist. Natürlich trotzdem schade, weil du hast einen Stammmittelfeldspieler, der halt auf nur 64 rumgammelt in FIFA. Ist ein bisschen schade. Iso dafür, sehr, sehr geil. Dickes Upgrade bekommen, um 10 Punkte nach oben. Hochverdient nach der Saison. Eigentlich ja quasi immer Stammelf gewesen. Auch ein dickes Tempo-Upgrade bekommen von 69 auf 84. Eine sausaugeile Karte. Auch eine sehr, sehr spielbare, schöne Silber-Innenverteidiger-Karte. Gefällt mir sehr. Karasor, gerade auch hier im Vergleich zu Armada, finde ich es dann aber auch wieder unbegründet. Und dadurch auch schade, weil der hatte durchaus eine wichtigere Rolle. Dass es da halt nur um drei Ratings hoch geht, finde ich schade. Hat ein bisschen auf Gold gehofft. Von mir ist halt auch so eine 75er-Non-Rare-Karte. Hat leider nicht funktioniert. Silas Karte hat sich gar nichts geändert. Bis auf Physis, da um drei Punkte runter. Und gerade das finde ich schön. Weil der hatte ja Verletzungen, auch die Spiele letzte Saison. Es war nicht Silas Saison. Klar, der hat Ewigkeiten Verletzungen gehabt. In die letzte Saison mit reingegangen, mit der Verletzung und so weiter. Die Spiele gemacht hat, waren auch nichts Besonderes so. Deswegen finde ich es da schön, dass sie eben ihn nur einfach in Physis wegen den Verletzungen runtergegradet haben. Sonst überall gleich geblieben. Und eben nicht meine Furcht bestätigt haben, dass sie ihn im Silberbereich downgraden. Dass es nicht passiert. Finde ich sehr nice, sehr schön von EA. Und natürlich, klare Geschichte, deswegen auch einen Ticken größer gemacht die Karte hier. Die Standout-Karte beim VfB wahrscheinlich im Kader Dinos oder Konstantinos Mafropanus, wie man den ganzen Namen. Eine Wahnsinnskarte. Eine brachial geile Karte. Eine für jedes Starter-Team. Um fünf Ratings hoch, raus aus dem Silberbereich hoch. Grandiose Karte. Tempo einfach richtig geil. Defensive Physis. Ein Viech, ein absolutes Biest da hinten drin. Gibt natürlich generell einige spielbare Karten. Bin sehr zufrieden mit den Werten und Ratings in diesem FIFA-Teil bisher. Mal gucken, was Gerasi noch macht. Aber da bin ich zuversichtlich. Hier noch ein paar rausgewählt. Mal Ito, Führig, Wagnermann, Tomasz, Silas, Mafropanus. Alles sehr geil, sehr spielbar. Die restlichen Goldkarten auch durchaus spielbar. Vor allem zur Dreierkette geht komplett fit. Anton, klar, nicht so viel Tempo. Aber passt in der Mitte. Und eben links und rechts die beiden mit richtig Tempo. Also die Dreierkette lässt sich echt zocken in FIFA. Bin sehr zufrieden mit den Werten. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Was euch so bei den Karten aufgefallen ist und so weiter und so fort. Bedankt fürs Zuschauen. Lasst gerne kostenlos das Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.